Ich weiß nicht, ob man es später auf dem Material sehen wird. Aber ich hatte gerade den Eindruck, dass einer, der hier schwarz vermummt war, als er Probleme mit der Polizei bekam, der also aussah, als wäre er ein Autonomer vom schwarzen Block und die Polizei wollte ihn gerade greifen, dann rief er Polizei. Das kann ich nicht beschwören. Ich werde das Material später nochmal durchschauen müssen, ob das drauf ist. Das kann ich nicht beschwören. Das kann ich nicht beschwören. Wir wollen, wir wollen! Wir wollen, wir wollen!